Hallo, mein Name ist Michael Mayer und ich bin der Geschäftsführer für BNI Deutschland und Österreich. Ich möchte heute über unseren siebten Kernwert reden, der heißt Anerkennung. Sie kennen das, Sie gehen in die Schule mehrere Jahre, es werden immer die Fehler gemessen. Was löst das aus? Es löst aus, dass wir uns immer auf das fokussieren, was nicht funktioniert. Wir sind unheimlich schnell zu beurteilen, wo liegt der Fehler, was ist falsch gemacht worden, wer ist schuld. Was aber sehr selten passiert ist, dass wir ihm die Anerkennung geben, wenn er eine gute Leistung erbracht hat. Was aber richtig Anerkennung geben, auslösen kann bei einem anderen, kann ich Ihnen mit einer Geschichte erzählen. Einer unserer Geschäftspartner schreibt mir ein E-Mail, wo er sich bedankt für die gute Zusammenarbeit und für meine Leistung, die ihm hilft weiterzukommen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass das Verhältnis okay war mit dem Franchise-Partner, aber nach diesem E-Mail, wo er sich konkret bedankt hat für das letzte Jahr und da waren auch Fälle genannt, wo er sagt, bei dem einen Fall hast du mir schnell geholfen, du hast Kompetente eine Antwort gegeben, das hat mein Geschäft weitergebracht. Das hat bei mir ausgelöst, dass die Beziehung viel besser geworden ist. Haben Sie schon einmal Anerkennung gegeben? Haben Sie Anerkennung erfahren? Ich empfehle Ihnen wirklich ganz, ganz stark jeden Tag Leute, Personen, Mitarbeiter, Geschäftspartner, Familienmitglieder die notwendige Anerkennung zu geben. Es stärkt die Beziehung und macht ganz einfach den Tag viel besser. Ich möchte mich bei euch bedanken für die Beziehung und allen Zuschauern danke fürs Zusehen.